Hallo, wieder in der Hölden, wie gewohnt. Hautal richtig warm werden... Jetzt ist es noch relativ leer, es ist 10 nach 10... Es ist noch alles leer, also ich sehe kaum jemanden. Und unten ist auch ziemlich leer noch der Passplatz, was sich vielleicht vielleicht nicht mehr ändern wird. Aber, ja, mal schauen, viel Spaß. Das war's. 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 Das war's.